Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Urbanium, lieber Konnichi-Zuschauer, aber auch meine Abonnenten. Passend zur Konnichi habt ihr heute die Möglichkeit, für die Konnichi 2017 auf meinem Kanal eine 3-Tages-Karte zu gewinnen, sprich für die Konnichi nächsten Jahres. Das heißt, wer von euch aktuell auf der Konnichi ist und von mir eine Visitenkarte in die Hand bekommen hat und dadurch auf meinem Kanal gelandet ist oder eben bereits schon Abonnent auf meinem Kanal ist, allerdings keine Möglichkeit gehabt hat, auf die Konnichi zu kommen und diese Videos aber auf meinem Kanal toll findet oder auch das, was noch zu Konnichi jetzt auf meinem Kanal folgen wird, der kann hier eben eine 3-Tages-Karte gewinnen zur Konnichi 2017. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, ihr müsst einmal Abonnent von meinem Kanal sein und b. unter dieses Video schreiben, warum ihr ausgerechnet die Konnichi-Karte 2017 gewinnen müsst. Falls ihr gerade auf der Konnichi seid und dieses Video schon seht oder eben noch eine Argumentation braucht, zu Konnichi zu kommen, dann kann ich euch mein 100-Abonnenten-Special empfehlen, das ihr auf meinem Kanal finden könnt, aber ich packe es auch nochmal unten in die Videobeschreibung rein, denn da gibt es ein tolles Gewinnspiel zur aktuellen Konnichi. Die Videos, die ich auf der Konnichi dieses Jahr gemacht habe und die Eindrücke von der Konnichi und was ich dort alles erlebt habe, diese Videos werden natürlich nach der Konnichi erst auf meinem Kanal erscheinen. Dabei wünsche ich euch allerdings viel Spaß und wünsche euch auch viel Spaß auf meinem Kanal und so weiter, denn hier dreht sich alles hauptsächlich um das Thema Games und um Star Wars und schaut euch einfach mal die ein oder anderen Videos an. Ansonsten folgen hier natürlich auch weiterhin Gewinnspiele, an denen ihr gerne teilnehmen könnt. Das soweit erstmal zum Gewinnspiel zur Konnichi 2016. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf meinem Kanal und falls ihr aktuell noch auf der Konnichi seid, euch dort auch noch viel Spaß.